Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising the Balkans Event Video. Wir stehen hier immer noch in Biac, in Bosnien-Herzegowina, oder Bosnien-Herzegowina, wie auch man es aussprechen mag. Schauen wir mal, wohin die Reise jetzt geht. Äh, genau, ich habe es eingetragen, dass es nicht mehr nach Biac gehen kann, genauso wie es nicht nach Skopje und Belgrad gehen kann. Ähm, gucken wir mal, ob da eine Aufzeichnung noch da ist, den ich zuvor gesehen habe, aber ich bezweifle es. Ich glaube, ich hatte nicht nach Kravjevac, ich hatte es nach woanders gehabt, also der Auftrag, der ist wohl nicht mehr da. Äh, das wären 730 Kilometer, obwohl das, aber wieder Serpentine und so, ne. Ansonsten wäre der Betränke nach Neusatz in Serbien. Ich frage, ob der Weg hier lang geeigneter wäre, oder nicht? Warte, vielleicht müssen wir nochmal pennen. Ähm, zu Timber Turtle, okay. Das gefällt mir. Ach, gut. Dann nehmen wir den Umschlag Bagger Volvo EW240E MH von Biac nach Kravjevac. 26 Tonnen und 730 Kilometer. Für 22.500. Es ist halt eigentlich nicht für schwer gut ausgelegt, ne. Die Frage ist, ist es schon schwer gut oder nicht, weil ich glaube, die Getränke, die würden ja auch beispielsweise, äh, genauso viel wiegen. Zum Teil. Weil wie auch immer, da Getränke drin gelagert sind. Wahrscheinlich Shuttle-Cola. Ja, wahrscheinlich ist dann, wird die Kura nur abgepumpt hier in Neusatz bei Wilco, I guess. Also, I don't know, bisschen weird, Getränke, okay. Bleibt uns hier nichts anderes übrig, ne. Also, so sieht es aus, wir müssen unterwegs, ach, ich habe vergessen, das vorher nochmal einzustellen, wenn wir da drauf. Im letzten Video noch gesprochen, vor, äh, drei Stunden oder so. Ne, zwei. Das ich jetzt einschalten wollte, das, äh, es vergleichbar ist mit ATS, aber gut, dann muss ich das jetzt, äh, halt zum nächsten, zum nächsten Video machen. Bleibt mir nichts anderes übrig, ne. Demnächst links abbiegen. Hier laden noch teilweise die Sachen rein. Wiege nach links ab. Können ja einfach mal schauen, ob es gleich, vielleicht noch eine andere Route gibt, die kürzer ist oder so. Wird eigentlich an den Gedankengang. Wir haben sogar noch 37 Kilometer bis dahin. Hätte ich auch kurz mal tanken können. Zwar nicht wirklich relevant, aber okay. Okay. Oh, nur 70. Wir haben auch schon der gereicht. Ich muss ja schon sagen, von der Vegetation her und so weiter, ist halt, dass alles in ETS 2 weitaus mehr gegeben. Aber gut. Hat ja auch nicht nur so eine weite, karge Landschaft, in Anführungszeichen, karg. Aber weitestgehend karg, wie in ATS. Wobei, wir sind ja auch gerade noch in der Stadt, im Dorf. Na gut, in der Stadt. Vornahe. Da ist es sich auch ein bisschen vegetationsdichter. Oh. Umgeknickter Baum. Und die nächste Stadt. Wir haben im Kreisverkehr auch das nächste Dörfchen. Ganz schönes Hin und Her hier. Da war ich zu sehr abgelenkt. Kurzzeitig. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Aber natürlich. Oh, auch schön hier im Kreisverkehr. Das sieht auch fein aus. So ein schönes Wasserwerk, Brunnen, Kreisverkehr, Mittelding. Immer geradeaus. Aber vielleicht sind wir auch schon bei... Was war das nochmal? Von wo wir holen. Genau. Boss 4. Cosmic. Äh, nee. Komm ja... Ich weiß es nicht mehr. Ähm, werde ich es vielleicht nochmal genauer sehen. Das ist, wenn wir vorbeifahren. Einfach zu schlecht erkennbar. Vor allem, wenn man vorne nicht aufmerksam ist. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Na, was haben wir da? Biege nach rechts ab. Ja, Comerq war das genau. Oder Comerq. Ich weiß es nicht. Wiege nach links ab. Es ist vorbei. Interessant. Da ist das auch so ein bisschen mehr scheinbar, was mit Holzverarbeitung zu tun hat. Ah, okay. Ja. Es macht Umschlag. Bagger auch mehr Sinn. So, wir dürfen wahrscheinlich nur maximal 80 fahren. Jawohl. Dann machen wir mal rundum Leuchte an. Vorhin haben wir glaube ich nichts, ne? Doch, stimmt. Werden wir die Schobos. Ganz vergessen. 730 Kilometer. Boah, ja, okay. Nee. Es macht wenig Sinn. Vor Banja Luka. Über Zinicca. Sarajevo. Nach Kargojevac zu fahren. Das ist einfach. Na gut, also, na. Dieser Abschnitt hier. Vor allem, der wird halt sehr viel Zeit kosten. Ich guck mal, ich guck einfach mal nach, wie weit das denn wäre. Es wäre kürzer. Aber nicht von der Fahrzeit. Nur von der Strecke her. Darf ich hier nicht mal irgendwo reinfallen, dass ich da wieder... Von der Schranke gefickt werde. Und dann fahren wir hier zu Timber Turtle. Das sind auch Namen. Da muss man erst mal drauf kommen. Oh, wir fahren nicht noch mal bei den Brunnen vorbei. Und dann fahren wir hier auch KI fahren. Ich glaube nicht. Biegen nach rechts ab. Gucken wir uns mal den Umschlag-Bagger anschauen. Demnächst links ab. Vor allem den schönen Greifarm und... Ah, ist schon. Ist schon nice. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Ich glaube, wir dürften, glaube ich, auch hinten eine Lenkachse haben. Kann das sein? Hinten sogar zwei. Biege nach rechts ab. Den wollen wir mal. Ich muss mich dran erinnern, dass ich maximal nur 70, äh, 80 fahren darf. Also jetzt klar 70. Deswegen habe ich quasi 70 gesagt, weil ich jetzt nicht 70 habe. Auf unserer Straße. Aber ich darf mit dem Trailer 80 fahren. Fahren wir die 90 nicht ganz aus, aber okay. Wie kommt man auf den Namen? Wie kommt man auf den Namen? Irgendwie vielleicht, aber... Ansonsten wüsste ich da jetzt nicht den Zusammenhang für. Würde mich aber echt interessieren, wie... Wie SDS-Software da auf den Namen gekommen ist. Und ob es irgendwie einfach nur so ein... So ein... Wortspiel war, wegen... Keine Ahnung, wegen... Beaver Timber oder so. I don't know, was es in der Realität gibt. Als Beispiel genannt. Ob es das gibt, weiß ich nicht, aber... Könnte ich mir vorstellen. Einfach nur wegen Wortspiel und Timber und... ...den Bibern, die auch äußere Dämme nutzen. Bitte links halten, jawohl. Ist aber auch schön hier. Oh, es ist vorhin ein paar Astro-Rien-Shots zu viele von mir gemacht. Ich komme mit dem neuen Fotosystem einfach noch nicht klar. Oh, ist aber auch geil. Oh, das Haus da oben auf dem Hügel. Ich kann mal echt fast gefühlt... Überall... Wir fassen uns eingefahren. Ich kann mal fast überall hier halten. Fahrmanager... Die Elfer... Fahrtenbuch... Es waren... 6.300... Nice. Boah, es ist... Das ist geil, hier durch die Berge zu fahren. Boah, durch die Täler mit dem Caravan... Oh. Ah, ich bremse ja schon ab. Ach, weil die 50... ...äß hier gekommen sind, aber... ...klar, Orts-Einfahrt, ne? Bei teilweise... ...so klar ist man auch wieder nicht, ne? Also teilweise ist es ja auch... ...so, dass man... ...mir Orts... ...zu Beginn sogar noch schneller fahren kann. Und direkt noch Kreditraten, die mehr sind als... ...was Elfer eingefahren ist. ...mir Orts-Einfahrt... ...maar, wo die überholt werden. Wuh. 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 Ich muss auf alle Filter jetzt gleich wahrscheinlich bei den Kurven, die vorne kommen, ein bisschen noch vom Gas gehen. Schon wie ein Segelboot. Ein Motel, okay, ich dachte, das wäre so eine Infotapel. Wäre für das Vorbeifangen ja schon wild gewesen. Es ist einfach nice, sehr geil gelungenes DLC. Ja, ich fahre glaube ich das nächste Mal durch die Kurven hier mit 55, sicher ist sicher. Ich fahre echt durch viele Wortschaften durch. Das ist sehr, sehr nice. Ich sehe zwar nicht mal, wann die Ampel grün ist, aber ich musste mir die Sicht verschweren. Tunnel. Ja, okay, finde ich gut. Ich bin gespannt, dass ich die Sprache gar nicht wirklich bemerke. Im Tunnel, aber gut, wahrscheinlich leuchtet es halt einfach nicht so stark bei Tag. Das heißt, sie reflektieren bei Tag so nicht so. Da vorne ein Friedhof. Ja, krass so steil am Berg. Ich habe hier gar nicht gestoppt oder wie? Mit 40 diesen Abschnitt, okay, das sieht auch glaube ich ganz angebracht aus. Wenn ich mir so die Karte angucke. Vor allem, wenn man bei Tag so einfach wirklich gar keinen Platz hat mehr links und rechts. Das ist wirklich gar kein. Der Vital kann schon ein bisschen mehr abbremsen. Also vom Feeling her. Also wahrscheinlich nur ein Feeling, weil ich meine 3 MpH mehr sind ja schon fast äquivalent zu 5 km pro Stunde circa. Und das ist ja eigentlich sogar ähnlich im Vergleich zu ATS. Das ist ja auch schon echt ein wertes Konstrukt so neben der Kapelle wahrscheinlich oder so. In dem Turm. Das passt ja schon irgendwie gar nicht. Nice. Sehr sehr nice. Hier fahre ich glaube ich nochmal lang. Ist das Tunnel 3 oder Tunnel 1? Boah. What? Also auch in Realität hier lang zu fahren. Das ist ja schon fett. Bekommen. Ich glaube das ist jetzt gar nicht so jemand reingefahren. Das ist ja. Sau geil. Das ist doch bestimmt auch eine sehr beliebte Route zum Motorradfahren oder? Zum Sommer. Okay. Jetzt können wir zumindest wieder ein bisschen schleunigen. Also es ist ja schon echt eine coole Gegend hier. Das ist doch halt in Banja Luca. Banja Luca kann man sich eigentlich gut merken für solche schönen Scenic Roots. Äh. 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 So dürfen wir weiter fahren. Das waren gerade mal. Wie viel? 160 Kilometer. Boah. Was haben wir hier? Könnte das eine Moschee sein? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Boah. Wäre jetzt zumindest mal so geraten gewesen. Nimm diese Ausfahrt. Das ist echt nice. Ah. Das ist das Westbalkan geht's DLC. Das gefällt mir doch sehr gut. U30. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Boah. Auch wieder hier mit dem. Wasser. Ornament. Wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich hoffe der ist gerade abgebogen. Aber das sieht danach aus. Ich glaube aber da kommt der jetzt so weitestgehend. Ja. Über Schnellstraßen. Autobahn. nach Grabe Bacch. Nach Grabe Bacch. Nach Grabe Bacch. Ich glaube, ich habe jetzt beim Schild nicht irgendwie Prozente bekommen. Ne, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, auch schlecht, weil es mir nicht gefallen würde. Spannend, dass es hier noch mit 70 anlang geht, bis hierhin. So, RKBs müssen hierhin. In der 30er Zone rein. Staaten muss ich nicht. Nehmen wir mal die linke Spur. Okay, ich muss ja eh anhalten. Dann nehmen wir die rechte Spur. Ne, wir nehmen die linke. Wobei, die kommen glaube ich schon einfach an uns, oder? Ne. Ich glaube, war es eine richtige Entscheidung, links zu nehmen. Mensch. Das macht auch Sinn, so quasi, an so einer Flussüberquerung. Ja, biografisch gesehen macht das Sinn. Das ist hier eine Grenze, das insofern auch der Grenz übertritt. Also zwei Grenzposten. Max. Kurz hoch, beschleunigen und dann wieder langsamer zu werden. und wir müssen uns wieder rechts einordnen und haben wir diese schöne automatische schranke die nicht sonderlich automatisch ist wie die anderen sondern sehr sehr viel langsamer ist notiert in die röntgenhalle ja wir könnten ja drogen transportieren das ist irgendwie so ein Kastenauflieger weil das wüsste irgendwie mehr Sinn ergeben aber ok you never know ok das passt dann machen wir rein und lassen uns scannen röntgenkontrolle abgeschlossen ah ne der ist ja hinter uns gewesen soll aber jetzt hoch auf 80 bis zur nächsten Mautgrenze weil in diesem Fall ist es ja eher Maut aber nicht eher sondern in diesem Fall ist es Maut also wirklich viel beschleunigen konnten wir jetzt nicht so wieder runter auf 30 lässt er uns vor ich schaffe doch Autobahngebühr fährst du gerade aus? ne ist ja auch ein Lkw da musst du rechts wir haben die Busse boah fahr doch aber natürlich hoch auf 60 wird der so unangenehm verspannt im linken Schulterbereich oh Gott schere ich mir mal ein und ziehen dann die 26 Tonnen weiter Richtung Bell gerade erstmal wahrscheinlich müssen wir bei ca. bei Bell gerade pennen Boah, ist echt übelst verspannt gerade. Aber immerhin ist das Schulterblatt wieder da, wo es sein soll. Jetzt müssen wir noch die Muskeln allgemein entspannen auf der Seite nach. Über 10 Monate, oder 10 Monate eigentlich ungefähr, ja doch, 10 Monate circa. Ich hoffe, dass ich jetzt auch noch mal 10 wurde. Vielleicht hilft ja der Urlaub da angehend. Dass es dann genauso entspannt ist, oder auf demselben Level verspannt, auch wenn es nicht wirklich verspannt ist, wie die rechte Seite. Das wäre sehr optimal. Nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal, sondern ein bisschen eindeutiger das Ganze. Mit dem Pennen müssen. Okay. Okay. Es dürfte auch ruhig bei der 80 bleiben. Ich kann eh nicht schneller, also ich könnte schon, aber ich sollte nicht. Oder? Oder war links Landstraße und rechts Autobahn und weil rechts links ist, ist es nicht glaube, rechts war Landstraße, oder? Ich weiß es nicht mehr. Schreib es bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten schaue ich, wenn ich dran denke, selber nach. Ich wollte gerade sagen zur nächsten Aufnahme, aber ich glaube die nächste Aufnahme ist dann noch nicht wie das gehört draußen. Voraussetzlich nehmen wir dann auf. Wahrscheinlich hat es aber aktuell relativ groß dahingehend. Ja, das ist relativ. Mindestens eine Folge, wahrscheinlich zwei. Ich wollte auch. Man will ja vorankommen, ne? Ja. 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 Schauen wir jetzt runter auf 30. Belgrad ist auch längst ausgeschildert, auch wenn wir nicht nach Belgrad fahren haben, wir halten uns ja mehr oder weniger am Belgrad. Das ist aber ein bisschen zu risky. Also das, ähm, 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 hier, ne? Sag schnell, ich komm nicht drauf. Es ist einfach durchzufahren. An einem Rutsch. Muss ich mich jetzt rechts halten oder links? Äh, rechts. Das ist einfach nur eine Menge Verkehr. Ich glaube, 70 ist, also hier, wir sehen es ja gerade, 70, 80. Ich glaube, links ist dann Landstraße. Dann dürfte ich sogar 90 fahren, nur auf der Landstraße halt nicht. Aber auf der Landstraße fährt man ja auch eigentlich keine 90. Der hat sich doch festgefahren da, oder? Ja, der hat sich fast gefahren. Super. Die nachfolgenden Versendungen verschieben sich um 10 Stunden. Oder auch nicht. Hat sich ja ganz schön gestaut. Du musst auch weiter vorfahren. Ach nee, die KI hängt sich an der Stelle auf, weil der Trailer hinten fest sich hängt. Gut. Nachfolgende Versendungen verschieben sich wiederum doch um, äh, wenige, mehrere Stunden. Ich würde hier jetzt rübergefahren. Achso, da ist ein Botschein. I see. Wo fallen die sich denn hier fest? Hier ist doch nichts. Weird. Weird flags. Schauen wir mal, ob der sich hinter uns auch jetzt festfährt. Nee. Hat nur die beiden anderen Probleme. Darum auch immer. Rechts halten. Dann auswärts rechts nehmen. Na klar. Nimm die auswärts rechts. Und wir erreichen Serbien. Und dürfen wir ihnen dann mal unsere Papiere zeigen. Äh, lange. Ne, zwei Stunden nur noch. Zwei Stunden 25. Puh. Puh. Kann man hier? Ähm, ja. Wo ich sagen, machen muss es hier ungefähr. Passt dann ja. Weil besser wäre sogar noch hier. Äh, wie weit ist das? Zu weit. Schaffen wir es überhaupt bis dorthin? Nee. Dann. Ist jetzt die einzige Möglichkeit, oder? Beziehungsweise kurz danach. Ne, nicht mal danach. Wir müssen jetzt uns aufs Auer haben. Jetzt haben wir keine andere Möglichkeit mehr. Machen wir das doch mal. Oh, das ist ja auf der verkehrten... Ach, verdammt. Super. Hier wird sogar noch ein bisschen angebaut, okay. Dann... Hauen wir mal hier die goldene Mitte. Dann hauen wir uns hin. Äh, hallo? Wenn ich hinterher drücke, darfst du das auch gerne annehmen. Und jetzt sieht man das auch ein bisschen mehr besser mit unserem Strobos. Äh. Wo auch immer das jetzt herkommt. Weil da... Flinkt der gar nichts. In dem Moment. So, dann wollen wir... Die letzten... 336... ...kilometer... ...bis Karojevac... ...zu... ...Turtle Timber. Oh, da hinten haben wir auch schon wieder die nächste Maut. Da fehlte nicht viel, oder? Oh, Plicke. Da war noch sehr viel Platz. Alles in Ordnung. Gute Fahrt. Halten wir hier nochmal kurz. Wir werden ja beobachtet. Dann fahre ich jetzt noch die 90. Also jetzt nicht sofort, weil Maut und so, aber... Dann fahre ich auch die 90. Dann fahre ich ja durch. Ach, da wovon wir nochmal jetzt euch. 40m Hier hätte ich sogar mal 30 gemacht. Das ist irgendwie weird, manchmal klappt, manchmal sieht das super aus, manchmal nicht so. Ganz komisch irgendwie. Das war immer relativ knapp, aber teilweise irgendwie auch ein bisschen so zu knapp, teilweise so knapp, dass man sich denkt so, das ist ja merkwürdig. Kann natürlich sein, dass es ein Micro-Lex gibt und dass es deswegen so ist, aber weiß ich nicht, während da drüben die Sonne langsam aufgehen will. Ab nach Belgrad. Tank reicht noch, 2000 Kilometer. Dann müssen wir nicht tanken. Das ist eigentlich schon ganz nice, dass man so viel fahren kann ohne zu tanken. Da geht es nicht mehr in Belgrad, sondern in Richtung Niche. Gibt es Niche auch zum Hinfahren? Würde mich interessieren. Ne. Doch. Ja. Richtung Niche. Aber so weit, der Turtle Timber so weit außerhalb von Cargo jeweils ist. Wir fahren auch wieder den selben Weg zurück. Wobei es jetzt sogar noch weiter ist als vorher, glaube ich sogar. Bin ich mal gespannt, wie Turtle Timber aussieht. Bleiben wir auf der Spur, wenn wir an Orten vorbeifahren. Uh, mit der Brücke. Ach, da haben wir sogar mal drauf gewesen, gut zu wissen. Jetzt gleich rechts halten. Auch schon direkt jetzt scheinbar. Hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht noch eine Merging Lane ist, aber es ist ja... Fuck off. Es war eine andere Merging Lane gemeint. Nicht die, scheinbar. Hier wird wohl noch ein bisschen gebaut. Ah. Das ist doch mal... Schmerzhaft. Zum Glück nur... Aufliegen auch nicht auf die Fracht. Äh, Aufliegen auch nicht auf die Fracht. Trotzdem belastend. 40. Wtf. 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 Hier haben wir ein Ikea, beziehungsweise in unserem Fall eine Ika. Und ich hätte eigentlich gar nicht so viel beschleunigen müssen, weil wir werden wieder durch eine Maut entschleunigt. Sehr schön. Also schon spannend, diese Landschaft und die Gegend. Mit diesem überwucherten Abflussbett, I guess, der zum Fluss führt. Soweit ich es jetzt zumindest in diesem Moment bezeichne. Ich glaube, Kargoyer war schlussendlich ausgeschildert, deswegen weiterhin an den Schildern nach NIE schalten. Hier war gerade ein bisschen viel Vibration auf dem Tisch, die keinen Sinn ergeben hat. Tanken sollte ich wahrscheinlich am Ende nächsten Fahrt, würde ich mal behaupten. Ich würde mal sagen, die Raststätten-Tankstellen sind schon echt nice. Ich weiß noch nicht drauf, aber allein vom Gebilde ist es schon sehr atmosphärisch. Wir halten uns an NIE sch. Wir halten uns an NIE sch. Hier kommen wir sowieso nicht raus. Nach Napovo. Nicht Vanilla, zumindest. Hier ist schon ausgestattet, aber wir fahren nicht so wirklich in das Industriegebiet. Finde ich auch nice so hier, dieses große Holzverarbeitungsfabrikblende, auch wenn man dort nicht hinfahren kann. Aber hat ja auch schon was. Aber danach haben wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Geld in der Fasche. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Hübsch. Also eigentlich lebe ich jetzt nochmal auf der Seite, dann nicht mehr. Wohl, was man nicht hoffen. 3%, noch nicht die 5% Hülle geknackt. Und dann ist das gleich Landstraße. Nach Turtle Timber. Das ist aber jetzt Landstraße, ne? Ja, doch, ja. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Sogar 30? Crazy. Gut, wegen der Maut natürlich. fahren wir über ENP. Bitte öffnen Sie schnell genug. Sehr schön. Weiterhin mit 30. Und dann bieten wir rechts ab. Nach Saisha. Saisha? I don't know. Verwässer mich bitte gerne. On the Flay habe ich natürlich die Möglichkeit, mich zu informieren. Ich finde es steht, ja. Ansonsten halt auch nur, wenn ich daran denke. Und was ich halt vorher mal getan habe. Aber in diesem Fall, I don't know. So. Wenn es falsch war, sagt es gerne. Wenn es richtig war, ebenso. 50. Wie kostet das hier? 1,98. I guess. Oh. Danach wäre erstmal bei dem nicht möglichst gelegenen Rast. Möglichkeit, schlafen. Und Kraft getankt für die nächste Fahrt. Wahrscheinlich muss ich mich da wieder ein bisschen umgewöhnen. Von. Von. Den alten Settings zu den neuen Settings. Von. Den alten Settings zu den neuen Settings. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt wie Türschel-Timber aussieht. Ich habe es bereits nicht reden. Aber ich sage es jetzt nochmal. Ja, so schnell konnte ich auch nur wieder nicht runter gehen. 2 September mittlerweile auch ausgeschildert. Es ist aber jetzt super schlimm, die ganzen Feldwege schon abfahren. Ah, direkt daneben, oh du kannst sogar auf dem Gelände schlafen, das ist halt so noch besser und noch nicer. Irgendwie die Möglichkeit zu haben. Nach Mali ist vor. Sogar ein John Deere-Mähdrescher, der hier umherfährt, der seine eigene Route hat so gesehen. Das ist ja fett. Ich wollte gerade sagen über die Reifen, aber es sah gerade ein Rücksprünge aus, dass die so anders sind. Und dann sind wir auf dem Gelände von Turtle Timber. Wobei noch nicht ganz. Wir schlafen außerhalb von Turtle Timber IC. Wobei es technisch gesehen natürlich das eigene Gelände ist, aber prefab-mäßig außerhalb. das ist ja auch ein Rücksprünge. Da muss ich jetzt hin. Wahrscheinlich rückwärts hin, oder? Ah, ja. Uh. Interessant. Die spawnen zwar alles, aber man kann natürlich sich so denken, dass es dann dort landet. cool. Was dann aus der See kommt. Ah, die Späne. Nice. Und da hinten ein LKW mit Baumstämmen. Cool. Und dann für das Baumstämmen beladen und entladen haben wir genau das Gerät hergeholt. Ja, ein bisschen. Bisschen schräg, aber okay. Ich denke so, was die Achievements betrifft und so. Das Achievements jagen. Weil ich wahrscheinlich dann im Balkan DLC zuerst beginne. Einfach weil es halt am frischesten ist und so weiter. Und ja. Und danach arbeite ich mich vor. Laden wir mal ab. Ja. 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 Dann werde ich danach das nächste Mal wieder auf Fernfahren. Wobei. Na gut. Kann ich machen. Äh. Dinget mich nur nicht weil ich die 200er Richtlinie übernehme. Äh. Was haben wir da neu? 5000 Nites da Volvo für Volvo und Renault. Die rattennaven, linker Auspuff. und linker Auspuff für den T, I guess, I don't know äh, und auffällige Ausrüstung, Aufrüstung Lackierung für alle drei aber interessant, dass also die Schallallackierung halt auf alle drei dann ist und einige scheiße ja, schön, schön wie gesagt, was halt schade ist, dass es halt nicht oh doch, es gibt einen externen Frachtmarkt, never fucking mind wir können uns eigen okay, super ich glaube, ich habe es sogar schon mal gesehen, ja und habe dann kurz daran gedacht, oh wait, das geht ja aber habe es vergessen aber okay, externer Frachtmarkt ist ja sogar vorhanden das heißt ja, why not, eigene LKW und dann ab dafür äh, eigenen Aufleger und ab dafür, so so dann, äh, lege ich mich mal kurz hier hin bei Krawiwatsch, bei äh ich würde gerade sagen Coastline Mining aber äh, bei Turtle Timber dann spiel ich in der Zwischenzeit dann bevor ich die nächste Aufnahme mache dann ein bisschen an den Setting was ich jetzt schon vorher machen wollte dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder im nächsten Cruising the Balkans Video hier in Serbien bei Krawiwatsch in dem Sinne bedanke ich mich oh, das ist auch geil mit dem Bär und mit dem Fisch im Hintergrund gefällt mir ähm, in dem Sinne wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mach's gut tschüss Krawiwatsch